Kommen wir gern miteinander ins Geheimnisvolle Märlinland. Wir brauchen dort eine Suche, die Ruhe, machen uns jetzt Augen zu. Dann sehen wir so Menge Gestalt, wohnt sie echt im tiefen Wald. Oder in dem Schloss am Berg, ist es ein Riesen oder ein Zwerg. Ist es ein Hahn, ist es ein Bö, haben wir mal ein Drechen gesehen. Kommt ja ein Wolf mal vor, stand ja vor ein Böse klar. Üses Märchen geht jetzt los, machen alle Ohren groß. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.